und Herzlich Willkommen zu einer neuen Mod Verstellung. Thunderhawk aus dem SCS Forum hat seinen Actros Big Stars, Actros und Arocs SLT geupdatet für die Version 1.34. Ob jetzt noch was Neues mit hinzugekommen ist, müssen wir jetzt mal gucken. Das ist ja der Originale von SCS und jetzt hier nochmal zum Vergleich ist hier nämlich der Arocs und dann hier der Actros Big Space in der Schwerlast-Kombone. Also es sind zwei verschiedene Baustellen. Also kann man hier anhand dieses WTD erkennen, dass es sich hier bei den Mod-Handeln nicht, dass ihr denkt, ey was ist denn das? Ist ja original SCS, nee. Also hier nochmal. Schauen wir uns mal, wir können uns einmal die Arocs-Variante jetzt mal zum Anfang mal schauen. Wir haben, klar, Big Space bleibt, Fahrerhaus bleibt auch, Chassis, klar, also Fahrerhaus und das Fahrwerk alles bleibt. Ihr habt 625 Pferde, dann habt ihr da 12 oder 16 Gänge, könnt ihr euch aussuchen. Interieur ist ja alles original SCS. Skins haben wir hier ein paar mit dabei. Einmal diesen Airsen, dann Baumann-Skin, dann Bluestar Metallic, dann Bulk und noch paar andere verschiedene, ja, so Unternehmen, die halt so Schwerlast fahren. Hier gibt es natürlich noch Black Bear, gibt es natürlich auch noch, der sieht auch echt cool aus. Und natürlich vom Special Transport gibt es auch noch aus. Heavy Charge, das sieht auch recht cool aus hier, also sind Sparsachen dabei, die echt rocken. So, kommen wir zu unseren Anbaupunkten, klar, wir haben die Rundumlicht mit dabei, das ist die Standard SCS, ihr habt hier Slots oder dann hier noch ein Bügel mit dazu plus die Slots, der Rest ist dann hier alles SCS oder ihr habt hier noch diverse Bügel mit dabei, die natürlich echt cool rüberkommen. Ihr müsst aber dann selber entscheiden, was euch hier gefällt. Oder wo er sagt, boah, geil, da kriege ich Latte. So, dann bauen wir hier ein bisschen was an, machen wir uns ein bisschen schick und dann schauen wir mal hier, da ein paar Trüten dran, hier ein bisschen in der Mitte oder so, da gibt es, glaube ich, das muss man schon schauen, ich glaube, es gab sogar von Actros, ne, die sind hier nicht dabei, habe ich mich vertan. Dann brauchen wir hier mal ein Höllchen hin, hier auf der anderen Seite gehen, genauso, und dann sieht es schon ganz schick aus. Der Spiegel bleibt natürlich soweit alles bloß mit Chrom ein bisschen hier verschönert, aber das müsst ihr dann auch hier selber entscheiden, ne. Dann, das bleibt auch alles gleich, hier genauso, Kunststoff oder lackiert. Dann haben wir hier noch, ähm, den, das ist ein separater Mod, ihr müsst ihr euch da noch runterladen, da könnt ihr hier euren Nummernschild selber generieren, ja. Und dann, ja, könnt ihr halt machen, ne. Ein eigenes Kennzeichen generieren, aber ich lasse es mal weg. Ihr könnt dann ein Schriftzug hinmachen, wenn gewünscht. Ihr habt dann noch verschiedene Zeichen, Schwertransport und hast nicht gesehen, das dann hier auf verschiedenen Stellen hier oben platziert wird. Gibt es auch hier eine kleine Herausforderung, ne. Also, das ist hier auch mit dabei. Kunststoff oder lackiert könnte ich auch aussuchen. Dann machen wir hier mal, wo sind denn unsere Flasher? Ach ja, genau, da gibt es hier nur dieses, ähm, wenn ich bisschen zu weit rausragte, habt ihr hier noch, mal schauen, das ist der dritte, habt ihr hier noch, das ist ungefähr ein bisschen die Spiegel. So, White Load Marker, kann man sich gut erkennen. Ähm, die machen das alles noch ein bisschen breiter. Hier gibt es auch noch Flasher mit dabei, hier sieht man es. Also nicht die Original von SDS, ne, sondern, ah, doch schon die Original von SDS, also bloß ein bisschen abgeändert hier. Also, die anderen sind nicht mit dabei, die wir vom Schwerlast DLC kennen, die sind hier nicht mit dabei. Ähm, da geht es hier auch schon weiter, also enorm viel, was hier hinterlegt ist, ne. An Anbaupunkten. Könnt ihr hier alles voll pflastern. Dann, hier gibt es natürlich wieder weitere Zeichen. Haben wir natürlich gewünscht. Ich guck mal, wenn wir noch was haben. Konvoi, ein bisschen zu groß. Das ist ein bisschen kleiner, wäre mir zweifel besser gefallen. Schade, das ist nicht so meins. Das ist alles so versteckt, das hier. Lass uns mal weg, aber ihr wisst zumindest, dass es hier gibt. Dann gibt es hier noch einen kleinen Schmutzfänger, den lassen wir weg. Verschiedene Cover-Varianten und hier nochmal das Kennzeichen, aber das lasse ich jetzt auch mal weg. Aber wie schon gesagt, müsst ihr halt dann selber skinnen. Ihr könnt ja den Schriftzug nochmal abwenden, hier, beziehungsweise weglassen. Kunststoff oder lackiert. Da gibt es auch nichts, das bleibt gleich. Ihr könnt auch Zeichen wegmachen. HP, LP, dann habt ihr so eine Box mit dabei, die mir sehr gut gefällt. Die finde ich ganz gut. Hier habt ihr noch, das ist dann auf der Seite, kann man es besser kennen. Open, Closed, lackiert. Kunststoff und, und, und. Der Tower bleibt natürlich, logisch. Dann gibt es hier noch, ja, diese Variante gefällt mir jetzt persönlich nicht, aber das ist halt Geschmackssache. So, dann habt ihr hier noch den Anschluss, der aber, glaube ich, nicht funktioniert, nee. Textur original oder dann hier der Generator. Gibt es, über den Steam Workshop gibt es einen separaten Link. Und dann könnt ihr euch jetzt untereinander, könnt ihr da selber Kennzeichen generieren. Aber ich lasse es jetzt, wie schon gesagt, mal weg, Mausen vorlassen. Im Interieur habt ihr natürlich Kabin-DLC, logisch. Müsst ihr auch separat runterladen. Das findet ihr aber alles dann auf dieser Steam-Seite. Und dann könnt ihr euch das dann separat. Ich tue es nochmal verlinken, dann könnt ihr da genauer gucken. Dann könnt ihr euch das runterladen und dann hier Kabin-DLC nutzen. Weil wer sich das nicht runterladet, dann kann hier auch kein Kabin-DLC hier nutzen, ganz wichtig. Genau, und dann sind wir eigentlich hier auch schon fast durch, weil soweit alles hier funktioniert hat. Wir schauen uns noch schnell den Actros an, ganz kurz. Den gibt es einmal als Big Space und als Gigaspace. Das ist ganz cool. Hier auch die Variante verlängert. 3,30 Meter oder 3,90 Meter. Dann, das bleibt alles gleich, wie beim anderen LKW-Interieur, bleibt natürlich auch gleich. Hier sind auch der Baumann-Skin und Max Pügel drin und Fossmann-Logistik. Und dann halt dann hier diese Skins noch. Ansonsten bleibt hier im Prinzip das gleiche. Auch die Slots, wie vorher auch beim Aroxner. Die bleiben euch hier genauso erhalten. Du hast sogar mehr Anbaupunkte, aber nicht 7, 2, 12. Aber sieht ihr selber. Ansonsten, bloß mal kurz durchschauen, was wir hier noch vielleicht verändert haben. Das ist auch eben die ganzen Logos. Das habe ich ja vorher schon gesehen. Dann hier habt ihr eure Anbaupunkte, genauso wie hier. Da ist das gleiche, ein bisschen strukturierter. Aber ansonsten sieht es auch ganz gut aus. Dann gibt es hier lackiert. Dann auch mit dieser Front mit dabei. Mit diesem Cover. Das sieht auch ganz schick aus. Hier gibt es ein bisschen mehr. Frontschutzbügel, bloß die sind halt dann nicht kompatibel mit dem vorderen Anbau. Aber ihr müsst halt dann wegmachen, logisch. Aber ansonsten bleibt sich das hier alles gleich auch hier hinten. Dann die Platte Kunststoff Open. Das ist im Prinzip das gleiche wie beim Arox. Und Kabin-DLC und das gleiche Interieur. Das habt ihr ja gerade gesehen. Das ist dann auch gleich. So, starten wir mit unserem dicken Diesel. Der sieht doch soweit ganz cool aus. Der gefällt doch. Zweite Achse linkt natürlich mit, logisch. Und sieht echt cool aus. Jetzt schauen wir uns natürlich noch den Nachtmodus an. So, starten wir mal. Also hier unser Standlicht. Abblendlicht, Fernlicht. Das ist aber ganz cool, dass auch hier diese White Load Marker hier gut zu erkennen. Die dann natürlich auf der Rückseite rot leuchten. Ja, hier sieht man es ein bisschen. Ansonsten hinten viel Licht braucht man. Und passt auch so. Diese Flasher von der, habt ihr ja gesehen, da gibt es ewig viele Anbaupunkte. Die könnt ihr setzen, wohin ihr wollt, wie viel ihr wollt. Also da sind wirklich keine Grenzen offen dafür. , aber das ist natürlich unser Anbaupunkt. Also, das ist ein kleiner Schaub. Also da sind die Flasher von der, die Flasher von der, die Flasher, getrunnen könnte. Das ist ein kleiner Schaub. Also wir haben jetzt noch die Flasher in der Flasher. Ich bin das so, was ich noch so, dass jetzt hier die Flasher wird. Und das dann kommt jetzt mal an. Ich bin der Flasher, Und da ist das nochmal so, dass du denn da sein? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 das natürlich wollte ansonsten Prozent sind wirklich alles erste Sahne Kapitel 10 sie der Jahres um dann auch dieses Flachdienst sie ist noch nutzt Prozent kann das natürlich auch nutzen funktioniert alles vergessen es zu überlegen Trader Kabel klar diese White Load Marker finde ich sie ganz schick aus die gefallen mir auch recht gut kann man auch hier oben im Spiegel ein bisschen erkennen aber sehr guter Mod falls ihr Fragen dazu habt dann dürft ihr das gerne machen einmal hier oder im SCS Forum nachfragen alles verlinkt natürlich und ansonsten wir mal Daumen da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal wer es noch nicht gemacht hat dann wünsche ich viel Spaß damit und wie immer alles sehr gute Fahrt macht's gut bis bald und ciao dann bei der bei der